Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute einmal Danke sagen, denn ich habe gerade gesehen, ich habe 12.000 gefällt mir auf meiner Seite und fast 14.000 Abonnenten. Herzlichen Dank an alle. Ich möchte auch Danke an meine Mädels sagen, die immer für mich da sind, die mir auch helfen, wenn ich Fragen habe. Auch ich habe Fragen, denn auch ich bin nicht perfekt. Ich lerne wirklich jeden Tag dazu und ich hoffe, ich kann auch immer ein bisschen helfen. Ich kann auch nicht alles wissen, aber ich versuche, soweit es geht, Fragen zu beantworten. Ich hoffe, das klappt ganz gut, aber ich denke, bei dem Ergebnis, dass ich hier jetzt schon 12.000 gefällt mir, haben fast 14.000 Abonnenten. Das, denke ich, spricht schon ein bisschen für sich und es freut mich auch wirklich mega. Ja, ich habe euch ein bisschen vernachlässigt über den Sommer. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber man will natürlich auch ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen. Und durch das, dass ich die kleine Prinzessin ja jetzt auch habe, die braucht natürlich auch viel, viel lieber. Ja, es gibt bald Neues. Ich habe ja auch schon einen kleinen Post gemacht. Ich freue mich da auch riesig drüber. Und ja, werde mich natürlich jetzt auch wieder ein bisschen öfter auf meiner Seite zeigen mit neuen Sachen, mit ein paar Nail-Arts, die ich für euch machen werde. Auch weiterhin mit den Accessoires, die ich ja jetzt auch zauber. Und wer natürlich da Interesse hat, der kann sich gern bei mir melden. Alles Unikaten. Ja, und ansonsten wünsche ich euch natürlich weiterhin viel, viel Spaß auf meiner Seite. Natürlich liken, teilen und ja, bei Fragen immer kommentieren. Und ich wünsche euch beiden viel, viel Spaß auf meiner Seite. Ciao.